Scheiße, der Sack ist weg. Guck mal. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Süßen. Und herzlich willkommen zum nächsten Teil Vorfreude an Sivarza auf Sivarza. Pyro Dragon Edition, wenn ihr Bock habt, Link ist in der Beschreibung. So, dann legen wir mal los hier. Oh ja. Fast eine Funke-Ware, kann ich schon mal vorwegnehmen. Glamour-Shots von Funke. Neon-Clouds von Funke. Höllenfeuer von Funke. 1000 Rubine von Funke. Luftheuler von, na, ihr wisst schon. So, Moonshiners, Honeybatchers von Funke. So, 10er Mammuts, 10er Trueno. Und dann haben wir 3 Blauer Bärbe von Funke, 3 Schlagschocker von Funke. Panda Goldfeuertopf, richtig geil. Sunder Air Bombs, Storms von Explode, Meteoriten von Funke. Ja, Goldfontänen von Funke. Premium Mix von, weiß ich nicht, Lone Star oder so, glaube ich. Das wird auch abgehen. Waffe los und als Finalschlacht die Ferronia. Gut, dann lasst euch das mal schön reinschmatzen, ihr Süßen. Viel Spaß dabei und ab geht der Pille. Viel Spaß. Wunderbärchen, so. Dann wollen wir mal loslegen, Leute. Allerdings, oh, feinste Zauberkiste. So, ach, tschutschiband, kutgeball. Tja, und zwar, oh, Moment. Leucht mal hier bis und hin, bitte. Danke. Ding, 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 ding. Machen wir das heute mal unter der Brücke am 01.01. Wir dürfen zum Glück alle 48 Stunden. Und da wird das ordentlich scheppern, würde ich mal sagen. Außer die Batterien, die machen wir natürlich draußen, ist klar. So, fangen wir an mit dem blauen Bärbär. Das regnet bis hier immer noch rein, Alter. Wir sind schon weggegangen, scheiß drauf. So. Boom, Baby. Ich bin verspannt, wie das hier klingt, ey. Ich glaube, wir schmeißen da lang lieber, ne? Boah, genau im Graben, jawohl. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Aua. Boah. Alter. Hammer. Das gefällt mir. Boah, das macht ja fez hier, das ist ja geil. Oh, kommt einer noch. Einer, die noch. Und dann kommen die Kolbus schon ran. Ups. Alter Falter. So, dann machen wir direkt mal hier mit weiter. Lecker schmecker Kolbus. Ich bin verspannt. Die mit Zündsturz, zum Glück sind die nicht ein bisschen laut. Nö. Nö, geht eigentlich, ne? Völlig entspannt, glaube ich. Ganz ganz leise. Ja, gut, dann bin ich ja beruhigt. Auf, ein Knalltrauma. Oh, fuck. Oh, fuck. Wir haben gleich zwei ineinander jetzt hier. Da muss er noch ein bisschen abgeben hier. Oh, wow. Oh, Digga. Oh. Wie war der? Wo ist der da? Ach du Scheiße. Ach du Schreck. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Zehner Feuerwerk. Ach du Scheiße. Also ich wollte... Ich würde ein bisschen weiter weglaufen. Ja, na geht ja nicht. Ist ja begrenzt da. Ach, da. So ein bisschen so da. Alter, lass mal das Nachbeben hören. Beim nächsten Mal bitte Fresse halten. Habe ich doch charmant gesagt, oder? Oha. Hallo, Mann. So. Zehner. Zehn. Mammutbörder. Auch 1,5 Gramm übrigens, wie die anderen eben. Boah, die Lonte gefällt mir, Eule. Richtig schön gesichert. Hier nochmal zugeknipst und so. Sieht man das? So, damit das sicher ist. Ja. Hammer. So, na dann. Auf ein neues. Und jetzt schön nachbeben lassen. Ganz lange. Alter, Hammer. Ich habe sie schon weggepackt. Ah, vielen Dank. Geil. Läuft. So, was haben wir noch? Ach Gott. Na ja, gut. Haben wir die Honey Batchel? Ich glaube nicht, dass sie mithalten können, aber scheiß drauf. Malle ist nur einmal im Jahr, oder? Nein. Kommst du, kommst du. Ach, hier sind die Lunden noch ganz gut. Hier siehst du die wenigstens. Wie bitte? Nee, du. Ich weiß nicht. Ach, du Scheiße. Junge, haben wir hier noch feine Sachen, ey. So, mal eine andere Geräuschkulisse. Und zwar. Ein paar Heule. Hupala. Ja, einmal rot, einmal grün. Wie uns schnell zu erkennen. Das sind natürlich Bodenfontänen. Deswegen zeige ich euch mal, wie man es nicht macht. Da war ja nichts. Hier ist freies Feld, ne? Weißt du Bescheid. Aber das saß, das regnet. Genau. Außerdem. Safety first. Okay, tschüss. Ja, schnell los, Alter. Der ist ja so wie du im Bett, Alter. Der kam ganz schön schnell. Oha. Du beobachtest mich auch wirklich auf Schritt und Triff. Wenn du jedes Mal das erzählst, dafür kann ich auch nichts. Da bin ich sehr stolz drauf. Man nennt mich auch die Rakete. Die Nähmaschine. So, machen wir noch ein. Auf Highspeed angelegt. Oh, warte mal. Wir machen. Noch einmal verliehen wir das Feuer. Das ist ganz wichtig. Weil sonst wird es ja langweilig. So, dann noch ein grün. Ich bin heute noch wieder hoch. Zum Glück blinzelt die Funzel nicht. So, jetzt machen wir mal hier ein paar mehr. Zwei von ihnen wenigstens. Ach komm, scheiße. So, Leute, was soll der Geiz? Arschlecken, so. Wir machen erstmal die roten. So. Fuck, hast du einen großen Brenner dabei geradezu? Mit etwas mehr Power? Ja. So, wie gesagt, nicht nachmachen, danke. Jackass. Jackass, ja. Genau deswegen sollte man es nicht nachmachen, Leute. Immer schön aufpassen auf euch. Ihr wisst, das ist momentan, die nimmt, die braucht da. Was ist denn da los, Digga? Da ist eine Fontäne. Das ist die Ur-Anus. Ach so. Oh, das ist heiß. Scheiße. Ich bringe mich da und heuert. Der ist weggeflüchtet. Angst. Den schmeiß ich mal wieder weg. Ach, Alter. Ich schuld dir in der Hose. Genau aus diesem Grund sollten wir uns nicht machen und weiter wegstecken. Genau und eigentlich Bodenfontäne, ja? Also nochmal zum Mitschreiben. Alles gut? Ja, alles gut. Die feinste Spiegel. Eieieiei. Mach noch ein bisschen böse. So, jetzt machen wir ein bisschen was zum Runterkommende, ein bisschen was sichereres. Genau. Goldfontäne. Genau. Von Funky, Uli. Bis zum Beispiel. Und die anderen beiden sind anders, sagst du? Ja. Achso, gut, dann rotzen wir halt auch nochmal weg. Wunderbar, sehen wir, wie wir haben. Die blauen Stirn und so. Wie gesagt, unten in der Beschreibung, wenn ihr Bock habt. Die waren echt schön, Mann. So, was haben wir hier? Monscheine ist. Huia! Boah, geil. Platten. Jetzt versuchen, Flank gegen Ebenen. Und die Bege mit spüren wird. Die Unterschale ist schon ganz angenehm, war Rigger? Sicherheitsverpackung. Stimmt so nah, oder? Wieso nah? Wieso nah? Wieso nah? Meteoril. Joa, Meteoril. Feuer mal ruhig. Geht glaub nicht. Oh ja, wo ist das? Oh, nö. Geht glaub nicht. Nachdem du? Du bist halt so hoch. Na, müssen wem weg. Ja, wir müssen weg. Wie ist das weg? Wissen wir weg. Ja. Wie war das für ein Scheife, Alter? Hammerhaft... Aber hier auch... Das sieht man wenigstens mal. Ganz genau. Alter Falter, oh mein Gott. So, Crackling. Das hier? Mit Feuertopf oder was? Ja, Crackling Feuertopf. Zwei verschiedene Sorten, wie es aussieht. Machen wir erstmal zwei. Sind die auch doll? Die hätten wir aber nicht unter der Brücke gezündet sollen. Ich habe gedacht das sind Fontänen. Entschuldigung. Neon Clouds, Feuertöpfe. Achso, das sind übrigens Neon Clouds. Glamour Shots. Wie viele verschiedene Sorten? Fünf? Fünf. Nacheinander oder aufeinander? Miteinander. Wow, angenehm muss ich sagen. Ich weiß überhaupt nicht wo ich hinrenne. Ich sehe nichts. Das ist ja immer clever. Genau. Einfach als wenn man die Augen zuhört. So dieses Licht halt. Oha. Wie wärs denn mit dem Kometen Mix jetzt? Jo, stimmt. Einfach mal. Hätten wir mal vergleichen können. Wollen wir machen. Genau, die machen wir. Sind das alles verschiedene Töpfe? Yes. Dann müssen die leider alle weg jetzt. Ärgerlich. Oho. 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 Einfach ein Junge. Oho. 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 Das ist Wahnsinn, oder? Wahnsinn, oder? Zum Vergleich den noch hinterher, oder? Ja. Zum Vergleich nochmal den Funke von eben. Ne. Nicht ganz so wuchtig, aber irgendwie... Ich weiß nicht. Schöner, anders. Ja, bei denen sind sie schon, ne? Ja, ja, ja. Dann machen wir die erstmal. Wir sind zum runterkommen hier. 1.001 Rubine hatte ich auch noch nicht. Ich hatte nur die normalen. Sprich... Genau. 2.001 Silbertane? Danke. Ganz genau. Ah, die müssen wir dann auch wieder auf dem Podet stellen, ne? Geil. Ist da los hier? Ja, das tut gutchen. Boah, dann haben wir uns gescheinend einen schönen Helden. Ah ne, dann noch ein paar Raketchen. Dann drei feine Finale sind's. Okay. Ein voreree Finale, ein voreree Finale und ein nicht voreree Finale. Damit das mal klar ist so. Haben wir uns verstanden. Halt auch so gesehen, ne? Naja. Wie viel machst du? Zeig nicht. Okay. Zeig dir nicht. Wie komm ich dazu? Alle? Alle? Wie doll oder so? Na dann. Du musst grunzen, Alter. Zeig dir nicht. Du musst grunzen, Alter. Zeig dir nicht. Okay, let's go. Ja. Ja, das ist schon sehr angenehm hier. So, oha. Na dann legen wir mal los hier erstmal. Dann brauchen wir jetzt auf das Bar. Feinster Feuertopf. Oh! Du meinst doch ein kleiner Junge. Du findest schon ein großer Junge. Was findest du denn? Du solltest mal lieber meinen Maul halten, ne? Richtig. Kai, sehr geil. Ich hab gedacht noch einen Ticken höher, aber... War doch nicht mehr gern. So ein fändes Rohr. Das tut doch gar nicht noch, du. Ja, echt. Aber geil. Oh, das war schon. Drei Mark, glaub ich. Bitte. Ja, danke. Machen wir erstmal, bevor wir zum Finale kommen. Aber du musst aufpassen, ne? Ein paar Glitter, Glamour, Rakete. Die können durchzünden. Oh, oh, ja. Letztes Jahr hatte ich welche. Na, dann schauen wir mal, was ich mache. Was ist das denn? Jetzt bounce, motherfucker. Jetzt bounce. Dann meine ich nämlich, ich hab unterschiedliche Effekte. Hä? Die anderen waren noch eben alle rot oder? Ja, und da war blau. Jetzt inzwischen. Jetzt war blau und grün und weiß ich nicht. Eine ist noch da. Verzünden wir nach. Das ist ja krass. Habe ich aus Versehen alle roten. Oh, schön blau. Oh, so einzeln. Die kann man echt gut genießen, ey. Erstmal Dreischlachschocker und dann den fetten. So, oha. So. Guck mal, Salpedes. Dreischlachschocker. Ich glaube, den habe ich den selber schon mal besessen? Ich weiß noch nicht. Danke, Pyro. So, ab geht's. Ah, der ist ja erst Container, oder? Schreihals, glaube ich, ne? Ich glaube schon. Bengalo Schreihals und dann geht ab. So, jetzt kommen wir zum Finale, würde ich sagen. Was ist denn der? Ah, der hier feinste Ferroni. Wer nennst du's da? Oh, da müssen wir aber ganz gewaltig weit weg, bitte. Die hat eine Ausbreitung, Junge. Fühlt ein bisschen anders. So, Finale. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. ... ... ... ... Das ist krass. Das kommt ja noch dillerer auf den Videos. Also ich sag mal, so, vielleicht nicht auf dem trockenen Feld sind. Weil das Gold geht echt locker bis zum Boden, ey. Hat man das gesehen hier zu? Wow. Wahnsinn, krass. Einfach schön. So, wie gesagt, Pyro Dragon, Link unten in der Beschreibung. Danke nochmal an euch. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein.